FASNA Fair Stuttgart 2013. Branchentreff für Fachleute der Befestigungs- und Verbindungsindustrie in Europa. Für die Firma Raya Schrauben eine der wichtigsten Messetermine. Anlass, sich mit einem brandneuen Messestand der Öffentlichkeit vorzustellen. Auf 126 Quadratmetern mit über 40 Mitarbeitern vergrößert Raya seine Messepräsenz. Ein besonderes Merkmal des neuen Messekonzepts ist die Offenheit, mit der die Firma Raya zum Besuch ihres Standes einlädt. Für uns war es immer wichtig, nicht verschlossen, sondern offen darzustellen für unsere aktuellen und auch zukünftigen Partner. Und somit haben wir auch dieses beim Standkonzept umgesetzt. Der Zulauf an interessierten Besuchern zeigt, dass das neue Konzept erfolgversprechend ist. Von Vorteil auch die mittige Lage des nach drei Seiten offenen Messestandes. Wir sind sehr mittig hier positioniert. Das finde ich sehr schön, weil eigentlich hier alle an uns vorbeigehen, alle uns sehen können. Und wir natürlich auch durch die neue Farbgestaltung hier eigentlich doch sehr, sehr gut zu erkennen sind. Also als Raya stellen wir uns hier sehr gut dar, finde ich. Die Farbe eines Messestandes ist ein wichtiger Faktor für die Orientierung, in Anbetracht der Vielfalt an Eindrücken, der sich die Besucher einer Messe ausgesetzt sehen. Wenn dann die Offenheit hinzukommt, steht einer persönlichen Begegnung auf Augenhöhe nichts mehr im Wege. Der Stand ist einsehbar. Man sieht, da sind Menschen. Wir arbeiten nicht mit Maschinen. Wir arbeiten mit Menschen als Partner zusammen. Hier bekommt die Schraube ein zuverlässiges Gesicht. Bleibt zu wünschen, dass sich das neue Messekonzept für Raya auch auf künftigen Messen bewährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017